Servus liebe Leute, willkommen zurück zu einem weiteren Trophie-Tipp bei The Order 1886. Ich zeige euch eine normale Idee, wo ihr das machen könnt und zwar hier in Kapitel 5. Wieder mal die Küche, haben wir schon ein paar Trophies hier freigeschalten. Das geht hier darum, jetzt hier die Gegner mittels Schwarzsicht zu töten. Da ist natürlich mehr oder weniger Glückssache dabei, weil ihr könnt hier nicht zielen. Das ist dann automatisch, wo das ganze Zeug abläuft. Ihr müsst einfach nur darauf hoffen, dass der Trigger mehr oder weniger oder halt hier das Fadenkreuz auf dem sein Kopf landet. Und dann einfach hier nur drauf losballern, wie jetzt hier gerade eben schön in den Kopf rein. Er hat mir jetzt gerade zweimal gesehen. Das ganze ist auch wiederholen, bis ihr Schlussendlich die Trophie habt. So, das war's. Ich wünsche euch was. Haut rein. Servus. Vielen Dank fürs Anschauen meines Trophie-Tipps. Bitte hinterlasst doch ein Like, teilt das Video und abonniert mich. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Danke. god Untertitelung des ZDF, 2020